Jamila sagt, wir müssen wissen, wie alles geht. Wir müssen üben für später, für das echte Leben, damit uns keiner was kann. Ach so, Leute, die Stunde Ethik ist heute ausgefallen. Uns ist echt heiß in unseren Klamotten. Eigentlich mache ich das ja nie, aber... Eigentlich. Machen wir sowas auch nie. Du Opfer! Wir sehen uns dann im Herbst. Endloser Sommer. Wir lassen uns deflorieren. Hä? Entjungfern. Wir suchen uns die süßesten Typen der Welt und gehen mit denen ins Bett. Finde ich gut. In der Nacht zeigt sich unser Glanz. Alle drehen durch und erst gut getanzt. Wir sind wie ein guter Hund. Jetzt kommt das Beste. Woher kommst du denn genau? Aus dem Irak. Du hast einen Brief bekommen. Komm aus, deinem Abend. Wo? Ich schwöre, dass wir für immer zusammenbleiben und du mich niemals allein lässt. Ich würde nie Deutsche werden. Scheiß auf Deutschland. Ist doch scheißegal, ob ich abgeschoben werde. Mann, es geht nicht immer nur um dich. Ah! Du kannst ja niemanden lieben, der dir so weh tut. Natürlich kann ich das. Siehst du doch. Lass uns irgendwas machen. Was Schönes. Ich bin echt lieb. Sie verschwindet ineinander und die Luft verwirrt. Ich flieb, wohin. Ich will, ich will, ich will, ich will. Ja! Sie verschwindet ineinander und die Luft verwirrt. Ich flieb, wohin. Ich will, ich will, ich will. Ja, kommt her! Ich wollte vorher auf mich. Und was machen wir den Rest der Ferien? Bis zum nächsten Mal.